einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video ich habe vor etwas längerer zeit schon eine luftballon pumpe bekommen womit man luftballons aufpumpen kann da habe ich die anfrage gekriegt ob ich das mal im video umsetzen möchte oder nicht und ich habe ein kind kommt öfters mal ich habe eine frau und da kommen öfters freundinnen viele haben gefragt freundinnen noch und ja da sind viele feiern und frauchen kommt auch auf die dollsten ideen wie man irgendwas schmücken kann und da habe ich gedacht so eine ball luftpumpe passt da gut drin weil als asthmatiker habe ich keinen bock die ganzen ballons selber aufzupusten so wir machen jetzt erstmal ein unboxing wir gucken uns an wie das nach hause kommt und dann machen wir nachher auch einen praxistest wo wir mal ein paar ballons aufpusten werden so also wie gesagt das ist der karton vorne haben wir dann praktisch die pumpe drauf mit ein paar ballons elektrische ballon pumpe ht minus 501 von sekti sekti nicht wundern das kam wirklich so an also die post ist damit nicht gerade pfleglich umgang auf der seite haben wir hier auch noch ach so hier haben wir verschiedene 230 volt also ac 230 ac 110 ac 100 ac 220 ac 220 ac 240 und dann haben wir noch doch mal meine lesebrille die habe ich mir natürlich vorhin erst wieder weggepackt so frequenz 60 hertz und 50 hertz 50 hertz ist da drin also dass das eine frequenz haben kann naja ok und auf der anderen seite haben wir dann noch mal eine genaue anleitung das war den ballon da drüber stülpen sollen und festhalten pumpen und da sind irgendwie ersatzdinger ich achso jetzt sind die verschiedene modelle die es gibt okay einmal mit dem knopf und einmal ohne knopf also 300 bis 600 watt und ich habe die 501 und das ist die 501 a also praktisch die habe ich so und da ist die 501 a die hat da so einen regler noch und hier sehen wir dann wie man das benutzen soll so nichtsdestotrotz bauen wir das jetzt mal auf und gucken da mal rein wir haben immer hier eine anleitung in englisch in spanisch französisch weiß ich nicht in deutsch haben wir sie auch also in allen möglichen sprachen so und das ist die ganze praktische ball luft pumpe was ich sehr gut finde dass er halten tragegriff hat und das kein kabelei irgendwo hier rum wird das ist ja alle drinnen so wie das aussieht und können wir uns einfach irgendwo hinstellen so und jammer an und aus knopf was haben wir hier kann man da hier was machen kann man nicht abschrauben ach so alles klar alles klar alles klar ok gut da haben wir elektrische beipumpte und dann noch eine achtung so finde ich gut kann man schön verstauen und dafür so ein kleines köfferchen ist immer im schrank bei platz dass man das da irgendwo unterbringen kann so dann haben wir hier den kabel drin und hier muss ich sagen haben sie echt mit gedacht weil der kabel ist echt da hinten festgemacht seht ihr das da und die haben hier eine lücke dass wir die trotzdem zu machen können dass uns die klappe nicht kaputt geht und ich finde das auch gut dass das diese klappe gibt wo wir das danach benutzen wieder hier reinmachen können und zu machen können und dann haben kann man das handlich verstauen wir haben auch hier so so art gumminippe ja dass es vernünftig steht weil ich weiß nicht einen von euch ist es bestimmt genauso schon gegangen dass wir ein gerät haben wo irgendwo ein kabel rauskommt ja und dann was machst du mit dem kabel gerät kannst du mal schnell in eine ecke stellen oder so aber der kabel musste drum wickeln oder was weiß ich und hier haben wir das schön versteckt so dann haben wir hier hier da sind wir drauf schrauben hier haben wir oben schauen push on switch on off ok und hier haben wir dann auch noch mal was da ist auch ein drehe winde drauf und wir haben jetzt hier verschiedene sachen haben wir einmal dieses das können wir jetzt hier rauf schrauben so wie es aussieht so und dann haben wir aber auch noch für ein größeres loch so je nachdem und wenn wir das loch wirklich wenn man großen ballon haben können wir das einfach auch so lassen da zeige ich euch nachher auch noch mal ganz genau wir können das auch hier machen so und hier sind halt nur die dann ran geschraubt so das werden wir auch gleich mal testen obwohl ich habe jetzt sowieso schon alles in diesem video gesagt nicht nur ein unboxing weil wir rausheben das klassik als ein video dann werden mal mal die ganze sache unter strom setzen da na komm reich steht aus das reicht aus so ups die katzen haben schiss ah geil das finde ich gut wir haben einmal den modus complete power also wenn ich jetzt jetzt bin ich auf kreis hier auf diesem kreis mal so mal ran dann könnt ihr das sehen so und da geht es nur an wenn ich jetzt hier drauf drücke hier ist gar nichts weil der ist da und hier ist wenn ich jetzt hier mache ist permanent an so und jetzt werden wir mal hier gucken kriegen wir das hier drüber ne das ist mir zu da brauchen wir ein kleines dann nehmen wir das kleine ach hier gehen beide beide gehen ok so aber jetzt werden wir das hier mal drücken ist der schon kaputt oh das funktioniert gut hab ich ein bisschen zu straff gemacht also man muss sich erst zurecht fuchsen weil es das muss meine frau machen also da komme ich mit meinen knubbelfingern nicht klar mit diesen kleinen ballons hätte ich mal vielleicht doch eine nummer größer gefunden sein also das ist wirklich am anfang gewöhnungsbedrohung aber es ist wirklich am anfang gewöhnungsbedrohungsbedrohungsbedrohungsbedrohungsbedrohungsbedrohung weil die luft gleich rauskommt und man denkt der pustet ja nicht richtig auf muss dann halt nur festhalten wenn man jetzt so rüber macht der hätte jetzt noch ein bisschen weiter aufgepustet werden können aber egal so ich glaube ich hätte doch größere ballons kaufen sollen jetzt hier einfach wieder drüber ja und wenn der jetzt richtig voll ist also das liegt an den ballons wenn der jetzt richtig voll ist so sieht der ja schön aus ist halt das problem man hat halt wenig platz um da noch einen knoten drin zu machen das ist echt also für dicke hände ist das nicht geeignet definitiv nicht ist doch nicht so zwei haben wir schon wir werden jetzt nicht viele davon machen also nicht dass ihr denkt wir machen jetzt hier die ganze ladung aber wir machen noch einen blauen machen wir noch so jetzt müsst ihr mal gucken ich halte jetzt nur drauf und schon ist es voll wir hatten doch noch andere ballons hier eigentlich ich hatte doch mal eine ballons geprüft ihr habt es ist doch nicht die möglichkeit ich hoffe morgen noch mal neue ballons und jetzt testen wir das einfach mal mit der ganze Zeit einfach auf Power haben tut mir leid Katzen ich hab euch lieb aber das muss jetzt sein geht nicht geht nicht geht nicht noch einen also für so kleine luftballons da braucht ihr das ja nicht auf volle pole lassen da lieber nur mit diesem weil weil ehe man die da hoch gekriegt und die haben die so schnell dann hoch das ist ja krass ist das ja jetzt haben wir noch einen gemacht und jetzt reicht das aber auch den rest kann meine frau dann machen au da bricht man sich doch die Pfoten was soll denn das sind die nicht enorm denn eigentlich durch ballons dass man da unten immer genug platz hat dass man hier so einen knoten machen kann das ist doch nicht die möglichkeit da bricht man sich die Pfoten nicht ist das enge Schuh scheiße aber für dicke Hände ist das nicht ereignet mach ich einfach mal mit dem Finger ja passt schon da bricht man sich echt die Pfoten bei so aber der ist zu so jetzt Urteil würde ich sagen zum Luftballons aufpusten wenn man eine große Party hat oder so oder Asthmatiker ist wie ich total geil funktioniert schnell wir haben zweimal also können sie ja zwei Leute gleichzeitig da dran machen halt der zweite kann halt auf dem zweiten hier erst machen wenn man da drückt es sei denn man hat macht natürlich dann kommt aus beiden gleich viel raus dann kann man zwei Ballons links rechts einer Person und zack auf gepustet also einen direkten Ausschalter haben wir hier nicht vielleicht müsste man darüber mal nachdenken aber wozu dann macht man raus wieder und dann packt man weg mit den verschiedenen Stutzen dass man hier rufschraubt finde ich auch sehr gut dadurch ist man für alle Luftballongrößen gewappnet bis zum ganz großen schöner Tragegriff mit einem Fach kann man schön im Schrank unten irgendwo mal verstauen oder eine Ecke stellen da fällt es nicht großartig auf finde ich toll für Kinder kann man mit seinem Kind zum Beispiel Luftballons aufpusten schön in blau und rosa gehalten auch sehr schön wenn es für Erwachsene ist die stört es vielleicht dass es blau rosa ist da weiß ich nicht ob es da auch andere Farben gibt in grün keine Ahnung aber so an sich ein schönes Gerätchen um schnell viele Luftballons aufzupusten er erfüllt seinen Zweck sehr gut so ja habt ihr ja gesehen also von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür das soll es jetzt auch soweit gewesen sein wir müssen jetzt weiter Ballons aufpusten für Silvester ich verabschiede mich Ahoi sagt euer Odin